Albtraum Dudelfell. Ich spreche heute mal die Wahrheit über Pudelmischlinge aus, die eigentlich kein Züchter hören will und auch eigentlich die Dudelbesitzer nicht. Ob man diese Mischungen jetzt braucht, diese Hybridzüchtungen oder nicht, sei dahingestellt, da hat jeder eine eigene Meinung zu. Ich als Rundefriseurin kann nur sagen, die meisten Dudels sind mega ungepflegt, denn die Züchter sind nicht ehrlich, wenn sie ein Dudel verkaufen, wenn es um das Thema Fellpflege geht. Die Maus ist neun Monate alt, kriegt jetzt ihr Erwachsenenfell, schmeißt ihr Welpenfell ab und zack, verfilzt. Das ist übrigens Gang und Gebe. Im Alter von sieben Monaten fangen die Dudels an, ihr Fell zu ändern oder zu wechseln. Und wenn man dann nicht dran bleibt, gibt es Filz. So, was machen wir da jetzt? Abscheren? Nein, ich schere nur ab, wenn es wirklich nicht anders geht. Ich habe euch drei Geräte heute mitgebracht, die ihr als Dudelbesitzer auf jeden Fall braucht. Eine Zupfbürste, gibt es in verschiedenen Materialien, eine Metallkamm, am besten mit Zinken, die sich nicht drehen, und mein Lieblingsgerät, ein Entfilzungshaken. Der sieht ein bisschen fies aus, aber ist zum Entfilzen das beste Teil. Und so bürsten die meisten Dudelbesitzer ihre Hunde. Oberflächlich, mit einer Bürste, schön fleißig, jeden Tag. Sieht auch toll aus, ist schön weich, das Fell. So, super, oder? Äh, nein. Ein guter Versuch. Denn hier merkt ihr, mit dem Kamm komme ich nicht durch. Und wenn man mit dem Kamm nicht durchkommt, heißt das, an der Haut sitzt ein Problem. Und das heißt Filz. Ich schnappe mir also meinen Entfilzungshaken und gehe unter den Filz und drösel den Filz so ganz vorsichtig auf. Und bevor es jetzt rumgeschrien wird, äh, das tut dem Hund weh und das ist viel zu doll und bla bla bla. Nein, die Hunde sind noch nie bei mir gestorben beim Entfilzen. Natürlich ist das unangenehm. Da mache ich kein Hehl draus. Das ziept an der Haut, aber ganz ehrlich, Filz tut auch richtig weh an der Haut. Ziept auch und ein verfilzter Hund kann auch wirklich krank werden. Also, ihr Lieben, schön entfilzen. So, hier sieht man, nach dem Entfilzen geht der Kamm super durch. Das Fell hat eine andere Struktur, es ist viel heller. Und das habe ich nur aus dem Bein rausgekämmt. Unfassbar. Ja, und der Kamm ist euer bester Freund, weil mit dem Kamm merkt ihr wirklich, wo der Filz sitzt. Das ist anstrengend für den Hund, das ist anstrengend für denjenigen, der kämmt. Aber einmal richtig entfilzt und dann einfach jeden Tag dran geblieben. Jeder Züchter, der euch erzählt, ein Dudelfell ist nicht wirklich pflegeintensiv, der lügt. Denn dieser Felltyp ist so krass pflegeintensiv, der muss jeden verdammten Tag gebürstet werden. Und so sieht das dann aus, wenn der Filz raus ist. Man kann schön auf die Haut gucken, der Kamm geht durch. Ja, und hier am Hals war sie extrem verfilzt, hatte richtige Beulen und Knoten. Also fasst ruhig mal eure Hunde an. Und wenn da Beulen sind, dann ist das nicht die Beulenpest, sondern das ist Filz. Ja, ich habe anderthalb Stunden gebraucht, die kleine Maus komplett zu entfilzen. Das Gesicht war natürlich auch schön verfilzt. Und wie gesagt, bevor es auch hier wieder Schreierei gibt, das ist alles eine Übungssache. Und natürlich ist das nicht geil für den Hund, machen wir uns mal nichts vor. Aber er stirbt nicht von, das ist schon mal die gute Nachricht. Und das ist alles eine Frage des Trainings. So, nochmal schön drüber gebürstet und dann zum Schluss mit dem Kamm gecheckt. Und mal ganz ehrlich, wenn man jeden Tag richtig und intensiv seinen Hund bürstet, dann braucht man auch nicht zu entfilzen. So, kleiner Tipp von mir. Das kam alles raus an Filz. Und das Fell ist nun super weich, viel, viel heller, fässt sich ganz toll an. Der Kamm gleitet richtig durch. Ja, das war's. Jetzt gibt es noch einen Kuss für Franzi. Vielen Dank und auf Wiedersehen.